hier waren wir oder waren wir hier ja hier habe ich nicht gewusst wie das weiter biegen soll ich habe mir überlegt das hier einfach als ja so nebenbei let's play laufen zu lassen und wenn man gar nicht weiterkommen dann überspringen halt das level einfach wenn er das dann hierüber macht das hier das mag er nicht hier was passiert hier in der ecke und jetzt ist es schon soweit level überspringen nächstes level warum auch nicht bevor man lang ärgern muss im markt die dinge nette ok braucht die zwei wahrscheinlich oder ist hier spiegel drunter ist das ein spiegel das ist kein spiegel ok dann habe ich das auch nicht ok es wird immer komischer wie die ich verstehe es nicht macht aber nichts muss ja nicht alles verstehen ich weiß es jetzt eine zu kann es liegen so wieder nett es ist wirklich sehr komisch hier die teile hier wenn es hier unten rein macht das ist halt das überspringe ich auch keine lust ok jetzt das könnt ihr wieder mal schaffen könnte ich hätte ja einfach ausschneiden können so von wegen übersprungen bla 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 das wird nicht besser alles dass ich mich auch nicht so hab mir also ichberg ich auch ich ich sage ich habe es hier Gut, dann haben wir hier. So. Und so. Und gut ist. Hey, wieder mal eins gelöst. So, next level. Okay, das Ganze mit Dreiecke. So. Versuchen wir einfach mal, ob wir da gerade durchkommen irgendwie. Ich glaube es fast nicht. So. Okay. Okay, das war nicht so schlau. Ich mache die jetzt mal alle da runter. So. So. irgendwie irgendwie so okay und hier ich weiß halt nicht das sieht alles schon sehr verplanen aus also weiß es jetzt auch nicht ja so gut next �� 行 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